hallo und herzlich willkommen mein name ist michael fassbinder und ich mache teile wieder schön ein kunde hat mir hier ein cb 500 motor von honda gebracht die cb 500 war die kleine schwester der berühmten cb 750 die 1969 die motorradwelt auf den kopf stellte reihen vierzylinder in einem motorrad 750 cb 69 ps der würde nie halten das war der langläufer dazu brachte dann honda den cb 500 als kleine schwester ein knapp 50 ps viel weniger gewicht ein schönes motorrad auch mit einer 4 in 4 anlage und der kunde möchte das motorrad wieder komplett neu aufbauen dazu hat er mir den motor gebracht der motor zeigt das grausame leben eines motorrad motors auf das nicht aufgepasst wird er ist schmutzig er ist ölig die lackierung die damals drauf gemacht wurde ist nicht mehr in ordnung ich mache das für ihn wieder schön und dann sieht er aus wieder wie neu und das motorrad kann wieder in einem neuwertigen zustand wieder aufgebaut werden dann sieht er aus wieder aufbauen wir wollen die motorrad hier so wir mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.